ja so leute bevor ich zur arbeit gehe schenke mir erst mal schnell was zu trinken einen kleinen moment schauen wir uns die neuen ninjas an sie haben sie endlich released im betatest waren sie schon und natürlich sind alle anderen alten auch dabei schau mal uns also right also riete an also riet also riet dürfte irgendein edelstein sein ja genau also ninja familienbonus wie gehabt zwei drei helden 50 prozent 10 prozent chance auf das dodgen und auf den gegenschlag dann ist der kerl mit 894 angriff 749 schild und 1462 ich muss mir so angucken okay auf angriff und leben stark sag ich mal ja das schild ist echt also fast schon ja 978 einen kleinen moment mal wir schauen uns mal hier ohne break die schilde an also ohne doppeltes 965 schon ohne ja okay also er ist nicht so stark im schild sage ich mal aber der angriff ist echt gut 1210 das ist schon mächtig ne erste aufladung 250 schaden aufs ziel und benachbarte also gleich viel schaden das ist schon heftig viel schaden bei dem attackwert und dann das ziel und benachbarte verbündete verbündete also feinde bekommen minus 35 prozent ja minus 35 prozent genauigkeit für zwei züge wir wissen wie nervig das sein kann wenn dann nicht getroffen wird plus noch dazu sein familien dodge denn die ninjas ja haben dann kann das schon richtig richtig nervig sein und das ziel und nahe verbündete also nahe feinde der target und nearby enemies die 320 schaden auf den benachbarten verbündeten immer wenn sie verfehlen also die die schießen auf ihre eigenen verbündeten wenn sie verfehlen der dodge bei 35 prozent ja das kann schon kann schon des öfteren dann vorkommen dass die ihre eigenen hauen ihre eigenen also der stark der ist richtig stark das ist natürlich immer diese wahrscheinlichkeit sachen aber 35 prozent sind jetzt nicht overwhelming also es wird nicht immer passieren aber es wird oft passieren und wir wissen wie das ist ja also gerade man stellt aufladungshelden normal nicht in die def aber diese neuen ninjas die können da die haben da einen guten platz ja weil die in jeder aufladung einfach richtig richtig gut sind dann zweite aufladung und das ist wo wir hinwollen 325 prozent schaden aufs ziel und benachbarte und 54 prozent benachbarte und genauigkeit für vier züge das für vier züge ist natürlich massig ne der ist super der junge dann schauen wir uns hier den waschbär an oder dachs oder ja waschbär was auch immer ist kuschanku 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 ist paladin gleicher familienbonus sonst keine passives erste aufladung 280 schaden aufs ziel 280 prozent schaden aufs ziel und er versteckt sich russula russula hat sowas gemacht nie gelevelt den held versteckt sich danach für zwei züge ok und wenn er versteckt ist dann kann er keine neuen statuseffekte oder stacks bekommen und der erbrachte schaden ihm gegenüber wird um 20 prozent gedroppt also minus 20 prozent und wenn er aus dem versteck kommt macht er 288 schaden auf alle feinde die ihren special skill gebraucht haben während er versteckt war und dann macht das ziel noch mindless attacks auf auf zufälligen verbündeten ja das dauert zu lang glaube ich ich glaube das dauert zu lang obwohl da ist er sehr schnell ne aber wie lang ist er dann in diesem versteck while hidden the caster goes into hiding for two turns also mach mal zwei matches draus wir machen zwei matches er ist voll in der ersten aufladung wir führen das aus und er macht 280 schaden auf ein ziel das suchen wir uns aus und schießen da drauf dann dauert es noch mal zwei züge in denen gar nichts passiert er ist versteckt kriegt kaum schaden passiert ihm nichts nach diesen zwei zügen kommt er aus seinem versteck und macht 288 schaden auf alle die während dieser zwei züge ihre spezialfähigkeiten gebraucht haben vielleicht also sag ich mal denk mal zwei eventuell zwei helden und diese zwei helden also die alle die die er dann getroffen hat machen diesen mindless attack ok lass es zwei sein die beide auf irgendjemand mindless attack werden machen wirken ne im besten Fall sind es verschiedene ziele dann hast du alle alle also sind alle erledigt kann aber auch der gleiche sein was halte ich davon naja zweite Mana Aufladung also muss ich mir anschauen einfach muss man in der Praxis sehen klingt erst mal na ist schwer einzuschätzen einfach klingt irgendwie stark irgendwie echt übermächtig auf der anderen Seite ist es zu viel dann und dann passiert das und das und nicht zack bumm bang das passiert fertig zweite Mana Aufladung 370 Schaden aufs Ziel er geht wieder ins Versteck für drei Züge nach drei Zügen kommt er raus und macht 288 auf alle die ja ok ist ja das gleiche weil er ist schwer einzuschätzen da wird ja nur der Schaden mehr und ich weiß gar nicht ob das ein Vorteil ist dass er drei Züge in seinem versteckt bleibt ich glaube man will ihn gar nicht da drei Züge lang drin haben gerade in heutiger Zeit wo das alles so schnell geht glaube ich will man eher dass er nur zwei Züge da drin bleibt und nicht drei egal ob er dann mehr Schaden macht am Anfang auf das Ziel oder nicht ob er jetzt das ist ja nicht seine Hauptfähigkeit der Schaden aufs Ziel das ist ja kein Sniper wir haben andere Sniper die schnell sind und dann fest dazu hauen also wirklich wirklich schnell er ist auch wirklich wirklich schnell klar logisch aber da kommt er nicht genug rum 280 auf ein Ziel das sind mir zu viele Wahrscheinlichkeiten ich glaube nicht dass das ein Vorteil ist wenn er länger versteckt ist dann dauert es ja länger bis er rauskommt und dann den Schaden auf alle macht und das meint dass Attack auch wirkt natürlich haben dann wahrscheinlich alle ihre Special Skills benutzt aber das ich glaube dass das zu lang dauert in heutiger Zeit naja wir werden sehen und den dritten hier den kennen wir ne genau den kennen wir Boosted Hell sind sehr schnell der ist richtig gut der Junge werde ich beschwören nein glaube nicht ich glaube nicht vielleicht werde ich ein paar Angebote kaufen hier zum Beispiel den Eisriesen aber allzu viel ich glaube nicht Truppen keine Ninja Truppen für mich von dem her wird es entspannt einfach nur den Turm spielen und dann mal schauen ok Leute das soll es gewesen sein danke fürs Zuschauen haut rein bis dann grüßchen raus euer Esker Glückwunsch genau auf hier